Dienstaufsichtsbeschwerde, damit Beamte sporen. In einem Staat wie der Bundesrepublik Deutschland können Sie als Bürgerin oder Bürger gegen Behördenwillkür sich wehren. Auch durch eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Setzen Sie Ihre Rechte ab jetzt souverän durch. Mit dem Wissen aus dem einzigartigen Ratgeber, nutze Deine Rechte. Lernen Sie, wie Sie mit mühelos aufsetzbarem, aber wirkungsvollem Schriftverkehr bei Behördenwillkür so richtig Schwung in die Amtsstuben bringen. Lassen Sie sich von verkorksten Amtskauderwelsch, Juristenlatein oder Paragrafenreiter-Stories nicht länger den Schneid abkaufen. Lassen Sie sich in die Kunst einweisen, wie Sie Ihr Anliegen und Wünsche souverän durchsetzen. Einfach durch formal korrekt gestellte effiziente Anträge und Dienstaufsichtsbeschwerden. Denn Anträge und Dienstaufsichtsbeschwerden sind die Vehikel, das Sie bei Behördenwillkür und anderen Konfrontationen mit Behörden sicher ans Ziel bringen können. Lenken Sie damit jedes Verfahren, auch solche, die vor Gericht ausgetragen werden. Und sobald Beamte oder Richter versuchen, Ihre Interessen von oben herab abwimmeln zu wollen, können Sie mit Hilfe dieses Buches ab jetzt Ihre Rechte gezielt durchsetzen. Ihre Rechte als Bürgerinnen oder Bürger durchzusetzen? Dazu zählt auch, dass Sie sich notfalls massiv gegen Behördenwillkür, Ungerechtigkeiten und Fehlbehandlungen durch Beamten und Sachbearbeiter wehren. Die Waffen, die in Amtsstuben Furcht und Schrecken auslöst, ist die Dienstaufsichtsbeschwerde. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie diese Waffe zünden können. Ich selbst habe fast 50 Jahre Erfahrung im Umgang mit Behörden und Ämtern. In dieser Zeit habe ich jede Menge Wissen darüber erworben, wie man seine Rechte als Bürger auch manchmal widerspenstigen Beamten und grassierender Behördenwillkür durchsetzen kann. Notfalls auch per Dienstaufsichtsbeschwerde. Und da ich leider Gottes auch nicht selten vor den Schranken von Zivilgerichten gestanden habe, habe ich auch da mittlerweile einen umfangreichen Fundus am Know-how angesammelt. All dieses Dienstaufsichtsbeschwerdenwissen stelle ich Ihnen hier zur Verfügung, in einem kompakten Ratgeber zum Nachschlagen. Sie brauchen, um Ihre Rechte durchzusetzen, keinerlei juristische Fachkenntnisse. Machen Sie einfach diese leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch und Sie werden erstaunt feststellen, dass Ihnen die Beamten mit einem Male quasi aus der Hand fressen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgshonline.de oder im YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos, der Link direkt dorthin. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Du darfst natürlich nicht sein, wie man sie haben." Also sehen Sie aus wie in der » over Russia«. det dem - ver